Hofmeister, ich find dich klasse bei deiner Frau. Herzlich willkommen im Babys-Fachmarkt bei Hofmeister. Begleiten Sie mich nun bei einem Rundgang durch die riesige Markenauswahl für Mutter, Baby und Kind. Freundliche und kompetente Fachberater erklären Ihnen gerne jedes Detail der verschiedenen Kinderwagenmodelle. Als besonderen Kundenservice kümmert sich Hofmeister um kleinere Reparaturen direkt vor Ort oder bietet Ihnen einen kostenlosen Leihwagen an. Natürlich finden Sie im Babys-Fachmarkt auch alles für die Kinderzimmereinrichtung. Vom Babybettchen in freundlichem Weiß bis zur Wickelkommode in warmen Holztönen. Zauberhafte Korbbettchen und Wiegen schenken Ihrem Baby Geborgenheit und hochwertige Matratzen gesunden Schlaf. Wir helfen Ihnen gerne die richtige Wahl zu treffen. Zum Beispiel aus der unglaublichen Modellvielfalt an TÜV-geprüften Autositzen. Bei der Beratung stehen Komfort und Sicherheit an erster Stelle. Für kleine und große Ausflüge gibt es Wickeltaschen mit viel Platz für Lätzchen, Spielzeug und Fläschchen. Wenn Sie jetzt noch ein wenig Zeit haben, bummeln Sie doch einfach durch unsere Modeabteilung. Mit Wäsche und Kleidung vieler toller Marken von Größe 50 bis 146. Damit Sie sich in aller Ruhe umsehen können, wartet im Abenteuerland Spiel, Spaß und Spannung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Im Hofmeister Fun Club für die Großen bis 14 gibt es coole Musik, Getränke und spannende Spiele mit der Wii-Konsole. Da bleibt genügend Zeit, um in der gut sortierten Spielwarenabteilung Geschenke auszuwählen. Puppen, Spiele, Bücher und vieles, vieles mehr. Für Ihre Wünsche zur Geburt oder Taufe stellen Sie bei Hofmeister einfach einen persönlichen Geschenktisch zusammen. Auf den gesamten Verkaufswert erhalten Sie einen 10% Warengutschein. Bei so viel Service ist es selbstverständlich, dass wir im Babysfachmarkt auch einen besonders schönen Still- und Wickelraum haben. Unser kleiner Rundgang endet mit dem guten Gefühl der Hofmeister-Tiefpreisgarantie. Und sicherlich haben Sie ganz bequem auf einem der vielen kostenlosen Parkplätze oder Frauenparkplätze direkt beim Trendy geparkt. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Hofmeister, find ich klasse, weil deine Auswahl riesig ist. Hofmeister, du bist der Hit, weil du tiefe Preise garantierst.